Hast du eh gedrückt oder was? Ich habe aus Versehen eh gedrückt! Hier, in Mainz. Nein, ich geh zurück zum HQ. Hier, danke Bullen, das ist mein Auto. Danks, gell? Sehr freundlich. Dann mach ich so lange die Fanschrift hier sind. Mann, 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 Mann. Das ist doch echt nicht wahr. Ich fand's saukomisch. Das kann ich mir gut vorstellen. So. Doch, hier rein. Ja, ich hab hier das Fan-Treffen gar nicht. Gut. Dann mach ich das Fan-Treffen. Das ist unglaublich. Was sagt die Uhr? Oh, 2033 ist das schon. Meine Güte. Oh, das geht aber... Ja. Wir kommen aber gut voran. Sagen wir's mal so. Ja, das stimmt. Aber keine bange, Leute. Die Aufnahme-Session, die wird noch nicht zu Ende gehen. Nee. Erst in ungefähr, wenn wir alles haben. Also nicht 100%? Ähm. Das Fan-Treffen existiert auch nicht mehr. Das Fan-Treffen existiert auch nicht mehr. Schön. So, okay. Ich werde das... Nein, nicht gegen das... Das Fan-Treffen, was vorhin bei mir nicht da war, das werde ich erst zum Schluss dann wiederholen. Ja. Und zunutze machen wir das halt später. Genau. Ja, die Frames sind gerade wieder so bei 19 bis 20. Also so einigermaßen geht es noch. Und wieder Geld. So, auf dem Weg zum Geld bin ich jetzt gerade. Na, ich hab Statteinnahmen bekommen. So, wo ist das Ding? Unter der Brücke. Auf dem Dach. Okay. Ganz vorsichtig. Jawoll, wunderbar. Die Check-Pypen. Die sind wieder mal... ...am Wasser. Hey, ich konnte mal vernünftig landen. Wow. So was gibt es auch noch? Ja. Der Wahnsinn. So, wunderbar. Jo, kenne ich auch. So, dann... Ich glaube jetzt hier oben noch das Fan-Treffen. Das Fan-Treffen, das sehe ich auch. Da werde ich jetzt mal eben hinfließen. Dann mach ich... Na, ich... Hm, die Fan-Treffen mache ich später. Ach, da unten soll es da wahrscheinlich sein. Ja, das wird wohl kaum in der Luft irgendwo sein. Ja, glaube ich auch nicht. Los, 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 runter, 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 runter. Das ist doch ein Kunstflug. Jawoll. Da ist es. Ich habe sechs von fünf... ...äh, von 50 schon. Kunstflüge. Wo war... Oh, verdammt. Wo war ein Kunstflug? Ähm, bei der Kirche. Bei der Kirche. Ja, du müsstest jetzt genau drauf zufliegen. Also ich... Hier... Das hier ist ein Kunstflug. Äh, warum werde ich angeschossen? Hier immer durch, zwischen. Ja, habe ich gerade gemacht. Dicht. Du musst tiefer. Da ist schon eher aus. Okay. 55 habe ich da jetzt. Da habe ich drei mehr. Ist auch nicht viel. Äh, Geldpaket. Da sehe ich es doch schon, wie es mich anleuchtet. Ähm, warte mal. Ich glaube, hier drüben müsste auch noch ein Kunstflug sein. Eventuell. Geldpaket, das sammle ich eben ein. Ja, ja. Äh, wo denn? Ah, zwischen denen. Ja. Könnte sogar sein. Ja, ist einer. Ja, alles, was so aussieht, gut durchfliegen kannst. Das ist normalerweise ein Kunstflug. Pass nur auf, da ist ein, ähm... ...ne Bandenoperation. Kunstflug. Sieben von 50. Hä? Das ist doch gerade acht. Okay. Das ist ein sechs. Nein, das stand acht. Egeil. Wo ist hier? Ach da. Wo ist das Geldpaket? Die Scheckspüppis. So, jetzt holen wir das einmal. Brum, 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 brum. 15 von 20 Geldpaletten. Na, da haben wir es auch bald. Wunderbar. Jetzt holen wir noch die Sexpuppen. Da sind doch, die sind doch vor meiner Nase. Woop. 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 Aua. Arsch. So, da als nächstes, würde ich sagen. Hallo, genau. Wow. So. Was ist die natürlich? Ich glaube, ich habe noch einen Kunstflug entdeckt. Ein schwerer, aber. Ah, ich... ...kirf... 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 Nee, ich bin da genau durch. Schlieg mal nochmal. Woop. Nee, das ist noch fast Absturz. So ne Scheiße. Mann, hast du hier die Sexpuppen schon? Die Sexpuppen habe ich schon. Ach so. Noch nicht. Woop. Oh, da mal gucken, als nächstes. Die Sexpuppen. Da, wo ich jetzt bin? Jupp. Das sieht mir aber nach einem Kunstflug aus. Dat ist ein Kunstflug. Nein, das ist auch ein Fastabsturz. Und ein knapp verfehlt habe ich bekommen. Guck mal, vielleicht ist hier noch ein Kunstflug. Warte mal. Alter, wie wir jetzt einfach mal darauf aus sind, die Kinder zu finden. Tja. Nee, auch noch ein Fastabsturz. Hm. Jupp. Ah, was ist denn das nächste? Ja. Wie ich das gerade so gesehen habe? Genau. Ah, hinten sehe ich aber definitiv noch einen. Siehst du es auch? Ja, Moment. Nein. Wo? Richtung Süden. Da sehe ich einen Kunstflug. Definitiv. Ach hier, die, äh, diese zwei Türme? Ja. Okay. Da füge ich einmal hin, ey. Da will ich jetzt durch. Warte mal, ich gucke gleich mal, wo das nächste Dings hier ist. Ach, hier vorne geht es dann gleich weiter. Wusch. Was ist denn so? Ja, wir machen das gleich als nächstes hier. Okay. Ah. Ach so. Und. Kunstflug. Yay. Hui. John, das gleich ist ein Drogenpaket, ne? Jep. So, einmal bitte landen. Landen, habe ich gesagt. Nicht weiter fliegen, du Penner. Meine Güte. Hallo. Das war, also, irgendwie verarschlich oder so. Warum, warum haben wir nicht die ganze Zeit die Bullen am Arsch? Also, ich verstehe das nicht. Äh, äh, weil wir awesome sind. Äh, hä, hä. Hallo. Äh, hä. Ach, ich will mich auf die Eier, du. So. Wo ist jetzt mein Fluggerät hin? Ach, da. Frag mich nicht. Ich hab mein eigenes. So. Hier sind dann die nächsten Sex-Gruppen. Nein. Aua. Das tat weh. Ah, das war wieder so eins, wo du rein musst. Die Skleude. Was habt ihr denn jetzt bitte schon die Morgenstern für ein Problem mit mir? Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Kopf. So. Warte mal. Äh, blöder Wichskopf, du. Hier, komm, den kaufe ich eben. So. Jetzt ist Ruhe. Ah, ja. Winder, boah. Geldpaket. Genau. Ganz in der Nähe. Ah, da unten. So. Hier. Ja. Äh, hä, ganz knapp war das. Ja. So, wieder hoch. Ähm. Eine Lüte. Ja. Ach, da unten. Hallo nach unten, bitte. Ich weiß, das sah episch aus. Sterbeaktion. Ich hab nur deinen epischen Schrei gehört. Ah, ah, ah. So, einmal die nächste Geldpalette. Das hat sich echt super angehört. Wow. Nein. Was ist? Gott. Das sind Geld? Hier unten. Und da. Ich seh's auch gerade. Ich seh's auch gerade. Ich seh's auch gerade. Lalalala. Und wieder hoch. Uah. Hilfe. So, Drogen. Oh, da muss ich sogar landen. Absteigen. Ach, die Lame. Glaube ich. Das ist ein bisschen krisen. Ja, bitte absteigen. Dankeschön. Hier unten. Stimmt. So, einmal zum nächsten Drogenpaket. Wir sind voll auf Droge. Ja, guck mal, so 20 Paletten haben wir ja, kriegen wir ja am Ende reingedrückt. Ach, hier unten. Ah, wow. Wow. Ich hab's. Wupp. So, jetzt kommt einmal der nächste Foto-Termin. Nee, dann geh ich auf den Foto-Termin. Oh, es bleibt wieder schöne Musik von Bonnie Tyler. Das ist herrlich. Schön. Bei mir laufen zwei, ähm, wieder die ganze Zeit. Ich hab's einen Kunstzug gefunden. Wo? Ist doch 100 pro einer. Ja. Nein. Das ist ein Stunt. Wow. Okay. Das war ein Auto-Stunt. Kein Kunstflug. Na, hier unten. Das Fantreffen. Hallo? Hallo? Ne, das Fantreffen ist weg. Okay. Äh. Bei mir ist es irgendwie auch nicht da. Ich glaub irgendwie, wenn wir zu viel Scheiße bauen, dann verschwinden die. Wieso, wir bauen auch keine Scheiße. Ja, ich weiß es auch nicht. Ach, hier, jetzt auf einmal, so ganz urplötzlich ist der gespawnt. Ist ja auch toll. Dann pflege ich auch mal zurück. Das ist toll. Oh nein. Ja, bei mir ist das Fantreffen jetzt auf einmal auch da. Warum nicht? So. Boah, jetzt müssen wir eben warten. Alles klar. So, dann hol ich das Fantreffen eben noch. Leute, viel ist es nicht mehr. Dann haben wir die Sammelobjekte dann alle eingesammelt. Und dann können wir uns um andere Aufgaben kümmern. Ah, du hast sie dann alle eingesammelt. Bei mir dauert es dann noch ein bisschen. Hä? Ich muss ja noch die ganzen Fantreffen machen. Ja, 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 ja. Ich hab jetzt gerade geguckt, wo jetzt hier das Fantreffen ist. Aber hier mitten in der Butnik. Zwischen den ganzen Hochhäusern. Das ist toll. Oh, das ist ein fantastischer Moment für mich. Ja, das ist ein fantastischer Moment für mich. Toll. So, kommen die, äh, Gummipuppen, die wir uns auch gleich mitnehmen. So, das Fantreffen ist bei mir auch da. Zwei Fantreffen. Dann hab ich davon erstmal alle. Und einmal die Sexpuppen fehlen jetzt noch. Schön, schön. Da freu ich mir aber an den Keks. Das ist schön. So, einmal aufsteigen. So, da fehlt mir noch das Drogenpaket. Hast du das schon? Nein, das hab ich auch noch nicht. Dann würd ich's mal sagen, fliegen wir mal hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Wow. Fast Absturz. Aber ich denke mal, diese, äh, Kunstflüge, die müssen eigentlich sehr gut gekennzeichnet sein. Also die kann man eigentlich gar nicht übersehen. Okay, also echt, so wie das aussieht, die Autostunts müssen wir ja auch noch machen dann. Ja. Die sind aber auch relativ eindeutig. Aber ich denke mal, da werde ich dann für uns dann mal ne, äh, Map irgendwie ausdrucken, beziehungsweise, äh, runterladen. Damit wir genau wissen, wo wir überall hin müssen. Weil das dann die, äh, ganze Zeit dann zu suchen, das ist auch ein bisschen scheiße. Ja, das stimmt. Hier ist noch ein Geldpaket. Genau, da bin ich jetzt auch gerade hin. Du, 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 ähm. So, ich hab noch zwei Sexpuppen und ein Geldpaket. Das Geldpaket, das machen wir später, am Ende, zum Letztes, weil da müssen wir ins Armeegebiet rennen. Guck mal, hier zum Beispiel. Das wär ein Autostunt. Du siehst hinter dir ne Rampe. Ja. So, so sind die gekennzeichnet. Mhm. So. Ach ja, die komischen Sexpuppen, wo man unter, in den Tunnel rein musste. Ah, wo ich so lange gesucht hab. Ah. Ja, da wo du jetzt hingehst, die hab ich aber schon. Ja, ich, ich, ich nicht. Ich, ich bleib. Ah, ich bin jetzt gerade hier bei dem Haus. Ah. Wo bist du da jetzt reingeflogen? Hier. Guck, guck. Hier. Ja, das sind die doch in dem Tunnel. Echt? Ja, hier in dem Tunnel sind die drin. Ach so, ja. Scheiße, geh doch runter, du Penner. Meine Güte. Oh mein Gott. So. So, dann fähren wir nur noch einmal die Sexpuppen und dann bin ich durch. Die hast du ja schon, ne? Ich habe jetzt alle Sexpuppen. So. Ich habe, Moment, Moment, jetzt alle Sexpuppen. Na dann herrlichen Lüge, Moment. Hallo, nach oben, bitte. Jetzt fehlt nur noch dieses eine kleine Geldpaket. Ja, und bei mir fehlen jetzt noch zwei Fan-Treffen und sind... Ne, warte mal, ich würde sagen, das Ding hier, das holen wir zusammen. Ja, sollen wir? Ja, Moment, Moment, Moment. So, jetzt. Ich kamikaze da rein. Heißt reinfliegen, abspringen und Geldpaket schnappen und abhauen. Ich sehe jetzt schon, wie es mich anblinkt. Ich sehe es noch nicht. Und Absprung. So, Fallschirm öffnen. Und... Ja, toll. Perfekt. Ja, danke! Super, aber dieser scheiß Fallschirm nicht öffnet. Komm. Drecksding. Da hoch. Hallo. Setz deinen Arsch bewegen, du Wichskopf. Ich schnapp mir ein Heli und verpiss mich. Ja, ja. Oh, hallo, wie weit denn noch? Geh da hoch! Herrgott noch mal! So. Warte mal! Ja, nee, komm, komm, flieg weg, flieg weg. Ist egal. Ich sterbe nicht mehr. Keiner wird zurückgelassen. Nee! Das kannst du knicken! Das wäre jetzt egal gewesen. Na, komm, komm, friss! Oh Gott, das war so knapp. Schnell! Now, Forrest, now! Ja, Mensch, steig doch ein, du Penner! Toll! Jetzt kann ich dir nicht helfen. Nein, ist scheißegal, dann sterbe ich eben. Diese Wichsköppi, die werden noch einiges abkriegen, aber Frage nicht wie. Ja, das sowieso. Ich hänge wieder halb im Boden drin. Nein, das ist der falsche. Ich suche mir noch den richtigen Heli aus. Ich habe ja Zeit. Oh, ja, oh. Ja, das hätte ich hier gerne mal. Oh, jawoll. Ach, in der Zeit kann ich mal einen Schluck trinken. Haha, wunderbar. Oh, scheiße. Hahaha. Was hast du gemacht? Ich bin gegen eine Wand gefahren. Yo! Ich habe einen Ding, einen anderen Heli zur Explosion gebracht und... Gott, das war lustig. Ja, ich werde jetzt aber bestimmt nicht so schnell wiederbeleben können. Nee, du musst dich gar nicht wiederbeleben. Ich werde jetzt mal ganz schnell zum HQ fahren. Ja, mach das. Oh, bitte mit dem Musik. Oh, ich habe noch gegen. Ich habe noch gegen. Ja.